Wie spät ist es? Es ist 10.15 Uhr. Oh, mein Zug fährt in 10 Minuten ab. Entschuldigen Sie, Frau Lehrerin. Jakob, es ist schon 8.45 Uhr. Der Unterricht beginnt um 8.30 Uhr. Unser Auto ist kaputt. In Ordnung. Nimm Platz. Hallo Thomas, wo bist du denn? Ich warte auf dich. Wie spät ist es? Es ist schon 17.15 Uhr. Wann beginnt der Film? Um 17.45 Uhr. Komm schnell. In 10 Minuten bin ich da. Praxis Dr. Meier, grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Es ist dringend. Wir haben drei freie Termine heute. Um 12.30 Uhr. Um 13.45 Uhr. Und um 14.15 Uhr. Um 13.45 Uhr passt mir. Wie heißen Sie? Ich heiße Peter Schmidt. In Ordnung, Herr Schmidt. Auf Wiederhören. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Vielen Dank.